Hallo und herzlich willkommen. Bei meinem letzten Video zur neuen Fritzbox 4060 kam eine spannende Frage auf, die ich jetzt mal in diesem Video beantworten will. Da fragt der User mit dem tollen Namen YouTube One. Mich persönlich hätte ein direkter Vergleich der WLAN-Leistung zur 7590 AX interessiert, besonders was die Reichweite betrifft. Ich bekomme nämlich im Februar Glasfaser und überlege nun, welche der beiden Boxen ich kaufen soll. Dazu kommentiert der User AlexApple ganz richtig. Theoretisch sollte ja die 4060 das stärkere Gesamtpaket haben. Da Du ja FTTH nutzt, ist ja auch das Modem der 7590 AX egal. Spricht also erstmal alles für die Fritzbox 4060? Schauen wir genauer hin. Die Fritzbox 4060 in der Mitte hat die gleiche WLAN-Power wie der Fritz Repeater 6000 rechts und links außen. Nämlich 1200 plus 2400 plus 2400 ist gleich 6000 Megabit aus 12 Antennen. Damit die 4060 diese aggregierte WLAN-Power auch netto noch ins Ethernet-Heimnetz abtransportieren kann, hat sie unter anderem eine 2,5 Gigabit LAN-Ethernet-Buchse. Genau wie die beiden Fritz Repeater 6000 außen im Bild. Im Gegensatz zum Rep 6000 hat die Fritzbox 4060 aber auch einen USB-3-Port und eine komplette Deck-Basis-Station für die schnurlose Telefonie verbaut. Im kompletten Steckbrief sehen wir, die 4060 kostet UVP 259 Euro und zieht im Standby ca. 8 Watt aus der 230-Volt-Dose. Analoge Telefonie an RJ11 und TAE wurde weggelassen. Hausinterne ISDN-Telefonie ebenso. Die relevanteste Speed-Messung ist wohl meine Laptop-Messwanderung, weil hier nicht nur der Speed auf kurzer Distanz, sondern auch die Reichweite über fünf zunehmend schwierige Räume hinweg sichtbar wird. Genauer gesagt, das Rate-over-Range-Verhalten. Die wichtigste Ergebniskurve zeigt die Download-Geschwendigkeiten in den fünf Räumen. Vorne, blau, da war der Laptop im unteren 5 GHz Band mit der 4060 verbunden. Da darf er mit 200 mW funken. Mittig-orange, da war der Laptop im mittleren 5 GHz Band mit der 4060 verbunden. Da darf er mit 1000 mW funken. Und wie man sieht, nach hinten raus holt er auf den höheren Frequenzen in den hinteren Zimmern mehr Speed aus der Luft. Da hat er, platt gesagt, die bessere Reichweite, genauer gesagt, das bessere Rate-over-Range-Verhalten. Das Beste an der Fritzbox 4060 ist aber die graue Kurve. Das sind die aggregierten Werte der beiden einzelnen Kurven. Also wenn zwei Laptops gleichzeitig auf zwei verschiedenen 5 GHz Frequenzen an der 4060 saugen. Da geht die CPU der 4060 nicht in die Knie und scharfelt auch den Durchsatz von zwei schnellen WLAN-Rechnern ohne Murren parallel durch. Jetzt schreiben wir den aggregierten Durchsatz aus der grauen Kurve mal in eine Excel-Tabelle und bekommen einen Durchschnitt von 784 Megabit über alle fünf Räume hinweg. Jetzt knüpfen wir uns die 7590 AX vor. Da gibt es von mir unter anderem zwei Unboxing-Videos, weil ich zuerst die dünne Version und zwei Wochen später die dicke Version mit den zusätzlichen Lüftungsschlitzen in die Finger bekam. Am Steckbrief sehen wir auf einen Blick, egal ob dünn oder dick, die 7590 AX kostet 10 Euro mehr als die 4060, wenn man den UVP vergleicht. Sie braucht im Standby 11 Watt, also 3 Watt mehr als die 4060. Dafür hat die 7590 AX an einigen Stellen auch viel mehr drin, etwa das DSL-Modem, das der 4060 komplett fehlt. Dazu analoge Telefonie über zweimal RJ11 und einmal TAE-Buchsen. Dazu hausinterne ISDN-Telefonie, was extrem wichtig ist, wenn Leute, Büros oder kleine Firmen halt noch wertvolle ISDN-Geräte und ISDN-Anlagen anschließen wollen. Die 7590 AX, egal ob dünn oder dick, hat auch vier gelbe LAN-Buchsen und eine blaue, die sich als WAN oder LAN schalten lässt. Aber keine davon spricht schon 2,5 Gigabit Ethernet, also alles noch auf 1 Gigabit limitiert. Auch USB 3 ist zweimal vorhanden, fast es jemand doppelt brauchen sollte. Dafür liegt aber die aggregierte WLAN-Power deutlich unterhalb der 4060. Die 7590 AX funkt 1200 plus 2400 ist gleich 3600 Megabit brutto Summe. Die 4060 kommt, genau wie der Repeater 6000, auf eine Summe von 6000 Megabit. Man zahlt bei der 7590 AX also vier kabelgebundene Telefonie-Buchsen mit und muss diese auch mit Strom versorgen. Man hat eine LAN-Buchse mehr und muss auch diese mit Strom versorgen. Man hat zwei USB 3-Buchsen, anstatt nur eine an der 4060. Nun wieder die relevanteste Messwanderung, über fünf zunehmend schwierige Räume hinweg, mit einem WiFi-6-Laptop samt Intel AX 200 Funk-Modul, mit dem ich ja seit 2019 WiFi teste und messe. Damit die Testumgebung möglichst lange stabil und somit vergleichbar bleibt. Wir schauen hier nur die Download-Werte im 5 GHz Band an. Das sind die tiefroten Balken. Diese übertragen wir in unsere Excel-Tabelle und sehen jetzt, im 5 GHz Band baut die 4060 mit einem Schnitt von 784 Megabit über alle fünf Räume hinweg eine deutlich höhere Summenleistung auf als die 7590 AX mit einem Schnitt von 398 Megabit. Allerdings hat sich die 7590 AX in meiner konkreten Test- und Messumgebung im hintersten Zimmer mit nur einem Frequenzblock besser geschlagen als die 4060 mit beiden Frequenzen zusammen. Dagegen hat die 4060 in den ersten vier Zimmern deutlich mehr Summenleistung erbracht als die 7590 AX. Wie können wir also die Ausgangsfrage des Users YouTube One final beantworten? Vielleicht so. Wenn ihr eine 70 bis 150 Quadratmeter große Wohnung mit einem einzigen WLAN-Router versorgen wollt und diesen auch möglichst mittig in der Wohnung aufstellt, dann dürfte die 4060 vermutlich die weitaus bessere WLAN-Gesamt-Power liefern. Wenn ihr den Router jedoch ausgesprochen ungünstig am blödesten Ende einer großen Wohnung aufstellen müsst, warum auch immer, dann könnte unter Umständen die 7590 AX sogar die bessere Reichweite haben. Wenn Geld und Strom überhaupt keine Rolle spielen, könnte man auch eine 4060 in jedes zweite Zimmer stellen. Dann läge die Summenleistung der 4060 vermutlich in jedem Zimmer oberhalb von 1000 Megabit netto. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr beide WLAN-Router direkt in eurer Wohnung oder in eurem Haus austesten könnt und erst danach die finale Entscheidung fällt. Denn meine WLAN-Messwerte in meinen vier Wänden lassen sich nur sehr bedingt auf andere Gebäude übertragen. Wenn ihr weitere Details zu den beiden Fritzboxen erfahren oder meine Messmethoden genauer durchleuchten wollt, dann schaut euch bei Gelegenheit auch mal die Einzeltests der beiden WLAN-Funker 4060 und 7590 AX auf meinem Kanal an. Wenn ihr weitere Fragen, Meinungen oder konstruktive Kommentare zum Thema habt, schreibt es gerne direkt unter das Video. Ich reagiere, so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen, und alles Gute bis zum nächsten Mal!